AAAAAAHHHHH Hey YouTube, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine, sondern ich hab hier den Doc Mo. Andrew. Zwei Asiaten und ein Deutscher. Ja, was machen sie am besten? Wer verträgt am meisten Schärfe? Wenn ihr keine Ahnung habt, worum es geht, ich erklär's euch kurz. Und zwar, wir haben vom lieben Steve, haben wir die krassesten, schärfsten Insta-Nudeln bekommen. Und es geht darum, wer schafft es schneller, seine Portion aufzuessen. Und der Verlierer, beziehungsweise der, der zuerst aufgibt, kriegt eine Bestrafung, und zwar, er kriegt einen Löffel von so einem selbstgemachten Chili, was Steve irgendwo hinten in seiner Ecke angebaut hat. Und ich würd sagen, lasst uns nicht lange rumfackeln und direkt anfangen. Hier, nimm das mal. Ich, ich, ich nehm ne kleine Portion, ne? Naja, alle gleich, ich hab gar nicht Hunger irgendwie. Gruß an die Prank Bros. Okay, Spielregeln sind klar, der, der als erst fertig ist, der kann entscheiden, der, der die Bestrafung bekommt. Ah, okay. Und der, der zuerst aufgibt, kriegt so oder so die Bestrafung. Also, it was at this moment that he knew, he fucked up. Ende des Tages werden eh so oder so zwei Leute beschlafen. Zwei Leute? Wow! Wollst du mich machen? Und er, er sei der am krassesten abgehärtet. Okay, drei, zwei, eins, los. Oh! 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 Ah! Ah, ich pack jetzt. Ah! iest. BOOM! BOOM! Willst du mich verarschen? F***! Wollte ich mich verarschen? BOOM! Hey, pack es! So gewinnt man! So gewinnt! Ich muss gerade weinen, weil... Ich auch! ...ausgetickt ist! Oh! Wie du scharf! Nee, man, never! Ah! Oh, das ist ja schlimm! Ich hab fast den Teller gegessen! Ey! Ich kann nur... Ey, wie siehst du aus? Möchtest du mal ein Punkt ziehen oder so? Ach, das ist überhaupt nicht, Mann! Oh! Ey, ich kann das nicht essen, Mann! Ah! Ah! F***! Ey, ihr habt das nicht richtig gelb gemischt! Oh! Ey, das kann nicht sein, Mann! Das ist schärfer als alles! Das ist echt! Was ich jemals gegessen habe! Ich würde... Oh! Ey, dagegen war ja deine Challenge ein Witz! Was habt ihr da reingetan, Mann? Bitte abonniert mich, damit es sich gelohnt hat! So, gewonnen! Dagegen die Sajjaten habe ich keine Chance! Mann, das war ja nicht Essen, das war ein Staubsauger, was der gemacht hat! Ey, vor allem, ich dachte, das war am Anfang so, ich hätte endlich gute Technik! Wir haben jetzt die selbst gemixte Soße von Steve, die er irgendwo hinten in seinem Eck oder unten in seinem Keller angebaut hat. Wir haben sie davor schon mal bei DocMo getestet. Und ich sag mal nur... Asozial! Hast du gehört, Steve? Asozial! Wir lassen fünf, zehn Sekunden, lassen wir es im Mund... Zehn Sekunden! Und dann schlucken wir runter, okay? Schön, dass es neue Regeln gibt, wenn man weiß, dass man verloren hat! Das ist so ein G-Sip! Ach, das freut mich! Ja! Meine Genugtuung ist eh, dass Andrew morgen *** beibekommt! Oh, das darf man ja nicht sagen, oder? Psch! Hast du schon geschluckt? Nein, aber er hat schon mal zu Gott gebeten! Jugo Gledei bei Hitau, Jugo Gledei bei Hitau! Zehn Sekunden! Und... Go! Drei... 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 Eins... Oh, das ist meine Nase! Oh, das ist meine Nase! Oh, das ist meine Nase! Ja, meine Freunde, checkt auf jeden Fall! Jetzt! Oh, jetzt kommt's! Jetzt brennt's richtig! Oh, alt! Schaut auf jeden Fall mal bei Andrew und bei DocMo vorbei, da haben wir auch etwas zum Thema Schärfe gedreht! Und danke nochmal an die Creative Forge und ein riesen Dank an Steve für die Kamera! Danke, dass du uns dabei geholfen hast! Und dein... Dein Zeug ist echt widerlich! Falls ihr es echt nicht mehr bepassen wollt, könnt mich gerne abonnieren! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Oh, nein! Oh, nein! Oh, Gott! Nein, nein, nein! Okay, sorry!